Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da und bis demnächst. Yo yo yo, was geht ab meine lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf die UWG. Unser heutiges Thema dreht sich um den Rapper Kollegah. Ich habe vor einigen Wochen schon mal ein Video über Kollegah gedreht, dass ich ehrlich gesagt der Meinung bin, dass sich der Charakter von Kollegah auf dem Kanal Felix Blume etwas geändert hat. Er ist nicht mehr bosshaftig, wie er auf den anderen Kanälen von sich war, wie beispielsweise Instagram oder auf Alpha Music Empire, was ehemals bosshaft TV hieß, meine lieben Freunde. Also ich finde, er lenkt das Ganze in eine ganz andere Richtung. Das finde ich ziemlich gut. Ich finde, ich habe diesen Humor von Kollegah auf jeden Fall sehr vermisst. Er hat ihn berühmt gemacht, diesen Humor von Kollegah und Farid Gang sogar auch noch. Ich fand das ehrlich gesagt ziemlich schade. Ich dachte, auf Felix Blume bekomme ich anfangs diesen schönen geilen Humor. Der ist leider verloren gegangen, aber es ändert sich auf jeden Fall Stück für Stück. Vielleicht ändert sich das auch durch diese Rap-News, die ich regelmäßig mal ab und zu mache. Vielleicht schaffen wir es ja, meine lieben Freunde, unseren alten Kollegah, den wir so gerne lieben und schätzen, wiederzubekommen mit seiner lustigen Art und seinem einzigartigen Humor, meine lieben Freunde. Also bisher hat es noch gar kein YouTuber oder Rapper oder sonst jemand geschafft, diesen Humor zu toppen. Und ja, jetzt nochmal ganz kurz zu dem Video, was Kollegah auf Felix Blume hochgeladen hat. In dem Video kann man erkennen, dass Kollegah sich einen kleinen Urlaub gegönnt hat in Italien, meine lieben Freunde. Wie es aussieht, ist er alleine, hat seinen Kameramann dabei. Man weiß nicht, wer dieser Kameramann ist. Auf jeden Fall macht er mit ihm Urlaub. Er entspannt, sagt er in dem Video auf jeden Fall und das kann man ihm auf jeden Fall auch gönnen. Ja, also ihm steht eine große Tour bevor, die Monument-Tour geht bald los. Also kann man sich auf jeden Fall auf eine sehr krasse Tour freuen, meine lieben Freunde. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich eventuell auch dahin gehen werde. In meiner Nähe wird ein Konzert sein, aber ich überlege es nochmal, ob ich da Bock habe, dahin zu gehen. Ich habe mir das Album-Monument nicht käuflich erworben. Ich gebe es ehrlich gesagt zu, weil ich zu der Zeit nicht sicher war, ob es ein geiles Album von Kollegah wird oder nicht. Ich habe es aber ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr oft gestreamt. Also liebe Kollegah-Fans, ich bin auf jeden Fall auch einer von euch und ich habe den auf jeden Fall tot gestreamt. Bis zum geht nicht mehr, meine lieben Freunde. Ja Freunde, das war es schon wieder mit unserem neuen Video. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, dass ihr diese wunderschönen letzten Minuten euch reingezogen habt. Ihr seid natürlich jetzt am Start. Abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Gefällt mir da, dass ich noch weiter in den nächsten Wochen schöne Videos für euch produzieren kann. Motiviert mich immer weiter, Freunde. Bisher habt ihr mich sehr motiviert. Ich bin auf jeden Fall sehr krass am Start, sehr aktiv, so wie auch auf Instagram. Da könnt ihr mich auch gerne verfolgen, ja meine lieben Freunde. Also wenn jemand Bock hat, mich mal ein bisschen... Dann könnt ihr mich gerne auf DOWG Original Hacker4U und das 3DL in der Mitte von nicht vergessen. Und dann geht's ab wie bei der Love Great. Peace and out.